Musik 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 Weißt du was? Ich geh jetzt in die Südzone 1 Tobi Tobi Tobi, ja du bist es Hey, hey, guck mal da drüben Warte, 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 warte Links, links Tobi Oh Oh Schöneres Wetter, Tobi Schöneres Wetter Oh, ich schwimme ein bisschen Oh, Rücken, Rücken, Kraul, das ist meine Passion Rücken, Kraul, das ist meine Passion Ja Oh, was für ein schöner Oh, die Algen sind wieder schön im Schuss Wunderschön Ah Huch Huch Ah, was ist denn hier los? Huch Oh Aha Aha Brille ist im Nebel Er hat eine Brille auf Er sieht aus wie Harry Potter Access Inventory Huch Ja, ja Sind da Sachen drin? Du, ich weiß nicht Ist auch da Sachen drin? Sind da Sachen drin? Oder sind ja Sachen drin? So Die Sachen sind die ähm Die Sachen Tobi Steht auf der Kiste ein Name? Nein Ist da vielleicht Ist da vielleicht Sollen wir da Sollen wir da Stone Headshot Wundern Sleeping Bag Oh, Standing Torch Ist schön Fällt mir gut Tja Hätte auch gern sowas Das ist wie Weihnachten Tobi Warte, warte, warte Hallo? Hallo, Hallo! Wohnt hier jemand? Hallo ist jemand da? Gehört das hier jemanden? Ob die Einwohner geschworen serait Ohhhh Ohhhh Wir sind, wir sind denn sie Weg Ich Was Was machst du denn da? Was machst du denn da? Was machst du denn da? Hilfe, ich kann dich nicht mehr loslassen. Wer es findet, dann darf es behalten. Achso, okay, tschüss. Aber hier die Kisten, hast du da mal reingeguckt? Ich finde den hier voll süß. Kisten? Sind die nicht leer? Sind die nicht leer? Ich dachte, die wären leer. Nein, nein, nein. Oh, die ist leer. Sind leere? Ich glaube, die Kisten sind gemacht, damit die leer sind. Das sollen bestimmt leere Kisten. Eine seltene Blume? Okay, okay. Fackel. Ja. Weißt du, die brauchen die Star Trekker? Hier ist doch niemand. Ist doch jemand tot. Ja, ja, Schettin. Steinspitzhacken. Die Versuchung war echt groß. Pass auf, pass auf, Tobi, komm mal her, komm mal her. Komm mal her, komm mal her. Pass auf, pass auf, komm mal her. Was denn, was denn? Pass auf, jetzt, pass auf. Die Kiste hier ganz links, ne? Die Kiste ganz links, pass auf, pass auf. Ach, Mist. Ah, Mann, warum? Drück mal Z. Nee, ich kann nicht. Ah, Mann. Fuck, wir müssen jetzt so lange hier ausharren, bis wir kacken können. Gibt's irgendwo ne Anzeige, wo man nicht wieder scheißen kann? Das wär gut, so ein Kackometer, ne? Wo gehst du denn mit dir hin? Du, das ist, äh, am Strandspazieren. Pass auf, wir machen ja ganz kurz einen Strandspaziergang. Ganz romantisch. Kann man doch mal machen, oder? So. Tobi, geht das? Geht das mit dem Strandspazier- oh. Am Strandspazieren, komm, das kann man doch mal machen. Ach, guck mal hier. Es ist romantisch, es ist schön. Oh, Entschuldigung. Aua. Jetzt denken die, wir wollen die Mädels ankacken. Was ist denn mit euch los, ihr kranken Bastarde? Wir kacken uns gegenseitig an, aber wir kacken noch nicht auf schlafende Leute. Es sei denn, es handelt sich... Ich hab leider gerade, ja, es klemmt leider gerade. Oh, es ging. Es ging. Oh. Ich hab um die Kiste geschissen. but ich standpost aufschreibt, Weil, bitte teuerl rhoi, Nichts, die Flex. Also beim Bilder. Oh, sie binary hier ist irgendj � 빠chen. Ze 來. Alles ist, wir können wir dich für' Und heute liegen. Ich hab試CT � accompaniment Update. Dadadadadadsenaadadadada Kann ich mich hier eigentlich draufstellen und dann mitfahren? Ich will auf dem Rombo Ja, wir haben ja uns gefunden, ein Herrenloses Haus Ja, war ja niemand Heißt wirklich nur Herrenlos, Damenlos sagt man ja nicht, ne? Hey Herrenlos! Hm. Damen haben nicht das Recht auf Häuser. Offenbar ja nicht. Sonst würde es ja so heißen. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududu. Ich hab grad aus Versehen gestützt, obwohl ich's gar nicht wollte. Hast du hier ins Essen geschissen, wo du grad sammelst? Nee, ich sammle grad Holz, aber der hat grad einfach abgedrückt. Ach so, ja das macht aber nix. Wenn du grad nen Balken vorne sammelst, dann kann auch hinten mal einer rausfallen. Das ist ganz normal. Der Körper reagiert da einfach. Das sind ganz natürliche, biologische Vorgänge, Tobi. Sorry, liebe Pan, aber ich hab hier vor die Haustür geschissen. Alter. Es ist einfach, wow, ich bin, ich bin, ich bin einfach, es ist einfach unglaublich. So. Miau, ich bin deine Katze. Alter. Miau. Ich, ich würde jetzt einfach nur noch spielen. So. Ja. Miau. 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 Kamehame. Ha. Alter. Ja. Aua. Entschuldigung. Energiestrahl, ich kann da nix für. Ich kann das gar nicht ernst nehmen, wenn ich hier so stehe und so schön vor dem Sonnenaufgang, weißt du, dann bin ich hier so rausgescrollt mit dem Mausrad, damit das so ein bisschen schöner aussieht, so ein bisschen nachdenklicher, aber... Es ist einfach nicht mehr möglich. Ah, schön. Ich bin Catwoman. Ja. 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 Nein. Nein. Hahaha. Alter, drück mal Z. Jetzt drück schnell Z. Oh, geht nicht. Oh, schade. Ohhh, Alter. Oh, sieht das fies aus. Oh. Oh. Ich bin unwürdig, ich bin nur ein Fuhrm. OB. OB, für die stärkeren Tage im Monat. Dann kannst du ihn tamen. Du brauchst 3 Schläge musst du landen, dann, dann ist der getamed. Ja ... Natürlich! Alter ich seh aus wel ne Fackel. Ich seh einfach aus, ich seh aus wie Groot mit ner Fackel oben! Ah, wer hierTobi!! Tobi! Tobi! Guck mal hier! Also ja ich hab hier Eheh... Da..... Oh! Ok, jetzt kann ich mich auch nicht mehr bewegen. Tschüüss! Tobi? Hm, was denn? Kann ich dir mal... warte mal, kann ich dir mal was anvertrauen? Kann ich dir mal den Schlafsack hier anvertrauen? Kannst du mir auch Holz oder sowas geben? Ja gut, hier Holz Tschüss! Ah, gut, jetzt geht's wieder Ah, es ist sehr gut Kommst du, Tobi? Tobi, kommst du? Kommst du? Sonst baue ich hier alles alleine Tobi, wo bist du denn? Tobi? Tobi? Hallo? Aber der ist so ein Spielverderber der Tobi, das ist echt... hab ich noch nie erlebt Den, 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 den So Den, 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 den Guck mal Tobi, was ich Schönes gebaut habe für uns Tobi? Kommste? Tobi? 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 Komm schnell! Komm, komm, komm schnell! Sieh dir das an! Ich hab was voll spannendes, das ist gleich weg! Und du bist hingefallen Oh, schön! Einfach schön! Warte, renn mal einfach weiter, ich möchte das ganz kurz in der Zeitlubenszene zeigen Warte, ich, ich hocke mich einfach hier hin Das sieht so scheiße aus Oh cool, du bist ja auch mal da! Oh, da muss ich, muss ich voll lachen, war das so doof. Oh, ist das zu schwer? Gravity, der Film, oder was? So. Oh nein, ein extrem langsamer Wurm kriecht auf mich zu. Ach so, macht man das. Jetzt, jetzt hab ich Leder. Alter! Ja, komm noch her, wenn ich trau's. Oh, jetzt hab ich geschissen vor lauter Aufregung. Oh, ein Speer. Cool, danke. Na warte! Jetzt komm ich dir hinterher. Oh, du bist leichter geworden, seitdem du ein Speer losgeworden bist. Das ist aber eine clevere Strategie. Oh, jetzt bist du noch viel leichter geworden. Boah. Alter, jetzt rinzt du dich mit diesem Speer durch die Brust rum. Wie geil sieht das denn aus? Alter! 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 Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich hole den Nagelknipser. Warte mal. Die Schändung. So, warte mal. Vielleicht sollten wir das lassen. Ich weiß es nicht. Äh, mit der 7. Ähm, äh, 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 hallo? Hallo? Was, was? Genau, was? Was? Ist seine Mutter zu Besuch? Ach da! Oh, warte. Ohohohohohohohohohohohohoh. Entschuldigung. Ich hab den abgedrückt, Alter. Alter, kommt der hier hin und scheißt uns alles voll, oder was? Du warst deinen abgedrückt hier. Ich! Ich wollte bei dir vorhin. Ich wollte bei dir vorhin. Wollte ich kranken! Was an! Alter, mach doch nicht die Hütte kaputt. Das ist so ja auch voll geschissen, Mann. Das wollte ich nicht. Tobi? Wolltest du mich jetzt force-feeden damit? Hör nicht auf die alten Männer hier im Stream. Wenn ich sage alte Männer, mein ich Tobi. Viele wissen es nicht, aber der Tobi ist schon 54 Jahre. Der war früher Lastkraftwagenfahrer. Und dann hat er so einen Quereinstieg gemacht quasi. Da ist er einfach zur Playmesse gekommen. Und hat da erstmal... Musste mal Kaffee machen für Dennis. Boah, stell dir mal vor, da ist irgendwie so eine Campingrunde. Die haben in der Mitte ein Lagerfeuer, ne? Und du rennst da einfach hin und scheißt ins Feuer. Und dann stinkt natürlich auch alles. Boah. Dann haust du wieder ab. Liebe Grüße aus Gifhorn. Na, das glaube ich nicht. Da gibt's doch gar kein Internet. Schön. Oder ich kann hier Popcorn draus machen. Hä, aber eigentlich hab ich nur 96,7. Aber irgendwie lauf ich trotzdem ein bisschen lahm. Zeig mal. Oha. Schön geguckt. Tobi. To-Tobi. Sag mal Tobi. Tobi, ich baue uns ein schönes Haus. Ich, äh... Ich, äh... Tobi. 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 Tobi, warum sagst du dir nichts mehr? Tobi, guck mal, was ich uns schönes, äh, baue. Ich hab da... Guck mal. Tobi. Du... Untertitelung des ZDF, 2020